Guten Abend. Zum Nutzen der Verhältnisgleichungen mal ganz kurz. Das kann lebenswichtig sein. Also wer Verhältnisgleichungen lösen kann und aufstellen kann, der ist sehr gut bedient. Ich werde dann hier links anbringen, hier oben bzw. zum Schluss zu einer Playlist, wo es um Verhältnisgleichungen geht, hinweisen, weil das kann wirklich lebensrettend sein. Warum? Zu dem Warum komme ich gleich, aber ganz kurz, was ist passiert? Verhältnisgleichungen, ich habe es schon vorgestellt, wie man damit umgeht. Das geht ganz einfach. In Chemie kann man es anwenden, überall kann man es anwenden. Man kann große Textaufgaben damit lösen. Man kann sonst was damit machen, Stychometrie, Inchemie, also statt mit der Molmasse umständlich rumzurechnen, stellt man eine Verhältnisgleichung auf, zwei Zeilen, Peng, fertig, Ende. Geht einfach zum Thema, wenn man also eine falsche Dosis nimmt, ja dann hilft es nicht. Und das ist ja wichtig in der Medizin. Also deswegen Verhältnisgleichungen ausstellen, richtige Dosis anwenden und man kann dabei Leben retten. Ganz nebenbei, es ging um das Thema Pipetten, sind also solche Stechheber. Man hat dann, ich gucke mal hier, sowas in solchen Flaschen hat man solche kleinen, solche Pipetten, sagt man da. Und eigentlich gilt, das ist so ein altes Gesetz, 20 Tropfen entspricht 1 Milliliter. Also jetzt kann man sich aber vorstellen, wenn die Dinger nicht ganz genau genormt hergestellt sind, dass dann 1 Milliliter nicht 1 Milliliter ist. Und dafür gibt es dann aber ganz genaue, sogenannte Kolbenpipetten. Die sind natürlich viel genauer und nebenbei auch schneller. Aber genau, es soll ja um das Thema falsche Dosis oder nicht gehen. Also lebensrettend sein oder nicht. Wie das dann alles funktioniert, ich werde dann auch noch hier am Ende auf dieses entsprechende Video, dieses hier verweisen, wer sich näher dafür interessiert. Aber ganz kurz dazu, wenn ich also annahme, dass 20 Tropfen 1 Milliliter sind und 60 Tropfen dann 3 Milliliter sind, das aber nicht so ist, sondern ich feststelle, dass 60 Tropfen eigentlich viel zu wenig ist. Wie viel muss ich dann Tropfen nehmen, damit ich wirklich 3 Milliliter habe? Und das geht eben einfach, man stellt die Verhältnisgleichung auf, x verhält sich zu 3 Milliliter, x weiß ich noch nicht, wie viele Tropfen, wie die bekannten 60 Tropfen zu 2 Milliliter. Entsprechend Regiestrich mal 3 Milliliter, damit sich hier die 3 Milliliter hier auflösen, die kürzen sich dann weg. Hier drüben schreibe ich es natürlich auch in, hier mal 3 Milliliter, hier mal 3 Milliliter. Dann kann ich entsprechend kürzen, kann es im Kopf machen oder ich rechne es mit einem Taschenrechner aus. Naja, und komme dann auf 90 Tropfen. Donnerwetter, statt 90 erforderliche, nur 60 Tropfen genommen, das kann ins Auge gehen. Ja, jetzt müssten gleich die Links erscheinen dazu, zu diesem Video, was ich eben schon gesagt hatte. Wer sich also dafür interessiert und eben auch zur Playlist, wie wichtig Verhältnisgleichungen sein können und wie das alles, wie man damit umgeht, wie einfach es ist. Gut, ich wünsche, dass es euch geholfen hat und dass ihr, wenn ihr entsprechende Berufe ergreift oder was auch immer, immer schön nachdenkt und dadurch auch klüger werdet. Alles Gute für die lieben Schüler. Bis später. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.